Der Feind hat auf hinterhältigste Weise den Waffenstillstand der TET-Feiertage dazu missbraucht, um im ganzen Land eine Offensive zu starten. In Saigon ist die amerikanische Botschaft von Selbstmordkommandos überrannt worden. Kee San steht kurz davor, überrannt zu werden. Außerdem liegen uns Berichte vor, dass eine nordvietnamesische Division das ganze Stadtgebiet von Ue südlich des Perfume River besetzt hat. Strategisch bedeutet, dass Charlie hat das Land mit seiner Offensive halbiert. Die zivile Presse scheißt sich bereits die Hosen voll. Und sogar unser Fernsehen erzählt in Kürzner den Leuten die Story, dass der Krieg jetzt nicht mehr zu gewinnen ist. Sir, heißt das etwa, dass Anne Margaret nicht kommt? Auf welcher Seite stehen Sie so? Auf unserer Seite, Sir. Lieben Sie Ihr Vaterland? Jawohl, Sir. Dann halten Sie sich auch ans Programm. Warum packen Sie nicht mit an und machen mit bis zu unserem Endsieg? Jawohl, Sir. Sohn, alles was ich von meinen Mariens verlange, ist, dass Sie meinen Befehlen gehorchen, als wären Sie das Wort Gottes. Wir sind hier, um den Vietnamesen zu helfen, weil in jedem dieser Schlitzaugen steckt ein Amerikaner, der aus ihm raus will. Sir, jawohl, Sir. Freie Joker, warum wollten Sie zu meinem geliebten Kurs? Sir, um zu töten, Sir. Sie sind also ein Killer. Sir, jawohl, Sir. Zeigen Sie, wie ein Killer aussieht. Sir. Wie sehen Sie im Kampf aus. Jetzt zeigen Sie mir, wie Sie aussehen wollen. Bullshit, das lässt mich völlig kalt. Zeigen Sie mir, wie ein Killer aussieht. Vor Ihnen hätte ich keine Angst. Üben Sie. Sir, jawohl, Sir. Was ist Ihre Ausrede? Sir, Ausrede wofür, Sir? Ich stelle verdammt nochmal die Fragen hier, Private. Haben Sie verstanden? Sir, jawohl, Sir. Dann danke ich Ihnen vielmals, Private. Kann ich auch mal was sagen? Sir, jawohl, Sir. Sind Sie etwa flau im Magen oder nervös? Sir, das bin ich, Sir. Dann mache ich Sie also nervös. Sir. Sir, was? Wollten Sie mich gerade einen Arschlach nennen? Sir, nein, Sir. Wie groß sind Sie, Private? Sir, 1,75 Meter, Sir. 1,75 Meter? Seit wann kann man Scheiße so hoch stapeln? Da bescheißen Sie mich doch um ein Zentimeter, hä? Sir, nein, Sir. Bullshit, Sie kommen mir vor, als wäre das Beste von Ihnen damals am Arsch Ihrer Mutter runtergelaufen und als braune Soße auf der Matratze geblieben. Man hat Sie überschissen. Wo zum Teufel kommen Sie überhaupt her, Private? Sir, aus Texas, Sir. Wunderscheiße aus Texas. Nur Stiere und Schwule kommen aus Texas, Private Cowboy. Und nach dem Stier sehen Sie mir nicht gerade aus, also wird die Wahl doch eng. Sind Sie Schwanzlutscher? Sir, nein, Sir. Oder ein Pfeifenraucher? Sir, nein, Sir. Sie sind doch garantiert, dieser Art von Typ, der fickt jemand in den Arsch und hat da nicht mal das bisschen Anstand, den wenigstens auch einen runterzuholen. Sie, merk ich mir vor. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, 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 bird. Bird is a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Bird is a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Bird is a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Bird, bird. Oh, well, a bird, bird, bird. Bird is a word. Well, a bird is a word. Oh, well, a bird, bird. Bird, bird is a word. Oh, well, a bird, bird. Don't you know about the bird? Untertitelung des ZDF für funk, 2017